Der Untergang von Groß-Tartarien als wahre Ursache für den raschen Aufstieg der satanischen neuen Weltordnung Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video möchte ich mit einer Frage beginnen und zwar, wie sah die alte Weltordnung aus bzw. was genau war Groß-Tartarien? Um das zu verstehen, müssen wir tatsächlich nochmal einige Hunderttausende zurückgehen und uns anschauen, wie unsere Vorfahren, also die Slaven und die Aria, im Grunde Midgard-Erde, so nennen sie diesen Planeten hier, besiedelt haben. Also der Nordkontinent, der auf alten Karten hier von Mercator eingezeichnet ist, wurde entsprechend von vier verschiedenen Stämmen oder Großfamilien der Slaven und der Aria besiedelt. Als erstes kamen die sogenannten Da-Aria vor etwa 460.000 Jahren und haben einen Teil von Hyperborea oder Daria, wie man diesen Kontinent auch nannte, gemäß den Da-Ariern, weil sie waren die ersten Siedler, deswegen heißt es auch Daria, besiedelt. Dieses Siedlungsgebiet nannte man Rai und zu unterscheiden waren sie unter anderem an ihrer Augenfarbe, sie hatten also silbergraue Augen. Dann kamen die sogenannten Ha-Aria, die hatten eine Augenfarbe grün, deren Siedlungsgebiet nannte sich Ha-Ara und sie kamen vor etwa 273.000 Jahren, laut den vedischen Schriften, auf Midgard-Erde. Dann kamen die sogenannten Svetorussen, die hatten blaue Augen, Siedlungsgebiet von denen nannte sich Svaga und ihre Ankunft war vor etwa 211.000 Jahren auf Midgard-Erde. Und dann zu guter Letzt kamen dann noch die Racena, die hatten feurige Augen, so einen braunen Ton. Siedlungsgebiet nannte man Thule. Im Übrigen, dieser Teil ist von Hyperborea heute noch vorhanden, wir nennen ihn Grönland. Sie kamen vor etwa 185.000 Jahren auf Midgard-Erde an und haben den ausgehend eben erstmal den Nordkontinent besiedelt. Man muss auch wissen, die alte Sternenrasse, also die weißen Menschen, und ich wiederhole nochmal, das Wort Rasse lässt sich nur auf die weißen Menschen beziehen, denn das Wort kommt von dem anderen Wort Rasa und Rasa steht für Rodi Assov, Strani Assov, also weiße Menschen oder man könnte sagen Stämme der Asen vom Land der Asen. Also hier geht es um die hochentwickelten weißen Menschen und diese alte Sternenrasse, welche Midgard-Erde eben vor sehr langer Zeit besiedelte, war eine Allianz aus Dutzenden von bewohnten Planetenerden in verschiedenen Sternensystemen und gar Galaxien. Weil ja letztendlich hier auf Midgard-Erde ein großes genetisch-spirituelles Experiment stattfindet, immer noch. Und die haben sich sozusagen aus verschiedenen Ecken der Galaxie oder des Kosmos hier eingefunden, um gemeinsam an dieser Sache zu arbeiten. So, ausgehend vom Nordkontinent haben sie dann im Grunde andere Gebiete besiedelt, also ausgehend von diesem Hyperborea oder Daria oder Arktagea, sind sie dann im Grunde in die frei werdenden Gebiete gezogen. Weil man muss auch wissen, in dem Laufe der Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende hat sich das Antlitz der Oberfläche der Erde natürlich auch gewandelt. Es gab also nicht die heutigen Kontinente, so wie wir sie haben, die gab es früher in der Form nicht, die sahen anders aus. Und als diese Flächen frei wurden, konnten sie nach und nach besiedelt werden. Und das Gebiet, was wir heute in Zentralsibirien kennen, war sozusagen das Mutterland. Oder man könnte sagen, das Mutterland für die weitere Kolonisierung der Erdoberfläche. Man nannte es auch Belowotje, das Weißwassergebiet. Und ausgehend davon, also von Zentralasien, haben die sich dann im Grunde in alle wesentlichen Gebiete ausgebreitet. Im Laufe der Jahrtausende, also nach Europa auch, aber auch nach Nordafrika, Indien, dann Kleinasien oder Asien besser gesagt hier, Japan, aber eben auch Gebiete, die wir heute nicht mehr auf der Landkarte haben, nämlich zum Beispiel große Inselgruppen. Allen voran Atlantis, aber auch der nordamerikanische Kontinent. Das waren also nach und nach die Siedlungsgebiete der Vedrussen, der weißen Menschen, die sich eben aus verschiedensten Stämmen und Großfamilien zusammensetzten. Das heißt also, die Besiedlung Europas gelang oder vollzog sich ausgehend von Asien. Und Asien ist im Grunde auch nichts anderes als Asia, Land der Asen. Also Asen sind ja die hochentwickelten Menschen. Man könnte auch von Gottmenschen sprechen. Das kennen wir ja noch aus der germanischen Mythologie, die Asen. Und diese Asen, beziehungsweise diese vedischen Stämme haben dann auch nach und nach Europa besiedelt. Und entsprechend natürlich finden wir auch hier die kulturellen Überbleibsel davon. Also wir sind quasi deren Nachfahren. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich dann also im Laufe der Zeit die Menschen auf der Erde verteilt haben. Also wir gehen jetzt mal von der klassischen Weltkarte aus. Und hier ist dann noch ein weiterer Kontinent eingezeichnet, der große Inselkontinent Atlantis. Dann haben im Grunde die weißen Menschen, also die weiße Rassa, also Rodi Assov, Strani Assov, also weiße Stämme, haben dann im Grunde die gesamte Nordhalbkugel eigentlich besiedelt. Also den gesamten asiatischen Raum, eurasischen Raum. Also Nordafrika, Europa, Asien, Nordamerika, aber eben auch Teile von diesem Atlantis-Archipel oder von dieser Insel. Und später sind ja dann im Zuge von, man könnte sagen, Flüchtlingswellen von verschiedenen anderen Sternensystemen und Planeten sind dann andere Menschentypen gekommen, die ein anderes Aussehen hatten. Also die sogenannten Roten, die Vorfahren der heutigen Indianer, die Dunkelhäutigen, die Vorfahren der heutigen Afrikaner und auch die Gelben, die Vorfahren der heutigen Chinesen und heutigen asiatischen Völker. Ja, und so war grob gesagt die Verteilung und man muss aber auch verstehen, dass nur die Kolonien der weißen Rasse konnte sich nach dem Erscheinen der Kolonien der schwarzen, roten und gelben Menschenspezies frei über die Ozeane, Meere und Gebirgszüge von einem Kontinent zum anderen bewegen und zwar dank ihrer noch vorhandenen Hochtechnologie. Sie galten bei all diesen anderen Kulturen oder anderen Menschenspezies als Kulturbringer. Ja, also das ist auch interessant, man findet überall Hinweise darauf, dass diejenigen, die den Chinesen oder verschiedenen afrikanischen Stämmen oder auch indianischen Stämmen vor langer, langer Zeit das Kulturgut, Sprache, Schrift, was auch immer, Ackerbau gegeben hat, das waren weiße Menschen. Ja, und wo kamen die her? Die kamen aus dem Norden mit Hilfe ihrer entsprechenden Technologien, Raumschiffe, Flugscheiben, was auch immer, konnten sie da hinfliegen und denen auch mal entsprechend was zur Verfügung stellen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung ins 15. Jahrhundert nach Christus und schauen uns das an, was man zu dieser Zeit als groß tartarisches Reich bezeichnete. Da kann man ganz klar sehen, das Kernland war im Grunde der gesamte asiatische Raum, was wir heute unter, vor allen Dingen unter dem russischen Territorium bezeichnen oder man könnte fast sagen, dem ehemaligen Territorium der Sowjetunion. Das war das Kernland der vedisch-tatarischen Hochkultur und ausgehend davon sind dann natürlich die Randgebiete entsprechend auch kulturell beeinflusst worden, geprägt worden. Ja, das heißt also Nordamerika, auch da haben Vedrussen gelebt. Genauso natürlich Europa, klar, der Nahe Osten, Indien, die indischen Veden sind ja letztendlich aus den slavisch-arischen Veden abgeleitet, auch Japan und China. Also das sind alles im Grunde kulturelle Ableger von dieser ursprünglichen vedisch-tatarischen Hochkultur. Die hat sozusagen alle anderen hier kulturell befruchtet oder beeinflusst. Und auch nochmal zur Erinnerung, im Zeitalter der Erholung, also wir reden hier vom 15. bis 17. Jahrhundert nach Christus, also nach der Katastrophe, wo wir sagen etwa 1350 herum, wo wir davon reden, dass es eine Pestwelle gegeben hat in Europa, was ja nur eine Bezeichnung ist, um dieses globale Ereignis im Grunde zu verdecken. Also nach dieser Zeit gab es eben tatsächlich die Bestrebungen mit großer Kraftanstrengung, das alte Vedentum oder die alte vedische Weltordnung wiederherzustellen. Das heißt, in dieser Zeit wurden dann die alten Königreiche wieder errichtet. Es kam zur sogenannten slavischen Eroberung der Welt, was wir heute in den Geschichtsbüchern als Völkerwanderung wiederfinden können, die aber allerdings um tausend Jahre noch weiter in die Vergangenheit verlegt wurde. Und es ist eben auch die Zeit, wo unter großer Kraftanstrengung ein bestimmter Baustil weltweit angetroffen werden kann. Da werde ich dir auch in weiteren Folgen noch sehr viele Bilder zu zeigen. Also das nur, damit wir einfach zeitlich auch orientiert sind, wo wir uns derzeit befinden. Und wir reden hier von einer Zeitspanne von 500 Jahren. Das heißt, es ist noch einigermaßen überschaubar, im Gegensatz, wenn man sagt 10.000 Jahre oder gar 100.000 Jahre. Also das wieder nochmal als kleine Erinnerung. So, jetzt möchte ich nochmal was Grundlegendes zur globalen Einheitskultur sagen, bevor wir uns dann im Grunde die Überreste, die Spuren dieser letzten globalen Hochkultur näher anschauen. Also Groß-Tartarien war ein Land, welches auf alten Weltkarten erscheint. Es hatte weltweiten Einfluss und umfasste einst Nordamerika und auch Südamerika, Europa, den größten Teil Russlands, China, Japan, Indien, Korea, sowie auch Australien und Neuseeland. Also es war sogar noch weiter gefasst, als ich es dir auf dieser Karte hier eben gezeigt habe. Die Bewohner dieses Reiches wurden von ihrer eigenen Führung durch das Naturrecht geleitet, wobei Wahrheit und Integrität gewahrt wurden. Also etwas völlig anderes, als wir es heute in der sogenannten satanischen neuen Weltordnung wiederfinden können, wo es hier eher um Gewaltanwendung und Knechtschaft geht und Sklaven-Dasein. Sie errichteten überall auf der Welt erstaunliche Bauwerke. Und ich werde dir in den weiteren Teilen dieser Videoserie entsprechend viele Bilder zeigen. Da wird dir wahrscheinlich die Kinnlade runterklappen. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Tartaren, Hunnen, Mongolen, Vetrusen, Hyperborea, Sküten, Kelten, Veneta, Indogerman, Aria, Slaven, Italika, Etruska, Römer, Hellenen, also das, was man als Griechen bezeichnet, waren keine getrennten Kulturen oder Völker, sondern nur unterschiedliche Bezeichnungen für Vertreter der vedischen Hochkultur, die auf der ganzen Welt über sehr lange Zeiträume existierte. Nur dank des Prinzips von Teil und Herrsche wird uns eingeredet, dass das völlig verschiedene Kulturen waren, die eigene Geschichten hatten, die eigene Ursprünge hatten und so weiter. Es wird also hier tatsächlich ein Keil der Trennung zwischen die verschiedenen Völker getrieben, die aber letztendlich alle unter einer großen Schirmherrschaft oder Glocke, kulturellen Glocke, friedlich nebeneinander existiert haben. Und das muss man erstmal in seinem Kopf wieder sortieren. Und jetzt kommt es. Genghis Khan mit seiner goldenen Horde kämpfte für die Wiederherstellung und Rückeroberung der durch die Zwangskristianisierung leergefegten und eroberten westlichen Teile von Groß-Tartarien. Und dies geschah im 13. bis 15. Jahrhundert nach Christus und das wird im Grunde uns als Völkerwanderung verkauft. Also dass die Hunden aus Asien, Zentralasien nach Europa gekommen sind und da im Grunde dann als Ursache für den Untergang des römischen Weltreiches dienen und dann im Grunde auch die Germanenreiche da aufgemischt haben und so weiter und so fort. Hier geht es aber darum, dass jemand versucht hat, dieses einheitliche Reich wieder herzustellen, weil an den Randgebieten im Grunde die dunkle Seite schon versucht hat, ideologisch in Form der Informationswaffe Christentum Teile abzuspalten. Und tatsächlich ist es dann auch nach und nach gelungen. Insofern ist Europa letztendlich nichts anderes als der Brückenkopf gewesen, der aber leider irgendwann mehr und mehr unter den Einfluss der Dunkelkräfte geriet und sich dann mehr und mehr natürlich auch gegen das vedische Mutterland, also Zentralasien gestellt hat später. Da kommen wir noch in weiteren Folgen zu. Im 15. Jahrhundert nach Christus gab es erste Anzeichen des Zusammenbruchs von Groß-Tartarien. Bis 1775 wurde es stark geschwächt, blieb aber noch bis in die frühen 1800er Jahre bestehen. Und interessant ist auch nochmal, was die Bezeichnung anbelangt. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, die uns auch wieder nur verwirren. Man muss verstehen, was damit gemeint ist. Es gab einmal die Bezeichnung Großes Skütchen. Ja, war nichts anderes als das Eurasische Großreich der Vetrussen. Später nannte man das dann Groß-Tartarien, also das Großrussische Reich der Vor-Romanoff-Epoche. Also sprich, als die Romanoffs 1617 etwa oder 1613, bin ich jetzt nicht ganz sicher, den Moskauer Thron eroberten, begann im Grunde die vermehrte Abspaltung dieser westlichen Provinzen von diesem Groß-Tartarischen Reich. Das heißt, wir reden also von der sogenannten Mongolo-Tartarien bis ins frühe 17. Jahrhundert, diese Bezeichnung Groß-Tartarien. Und später ist aus diesem Gebiet, aus den Menschen, die da gelebt haben, nannte man das Russisches Kaiserreich bzw. Zarenreich ab dem 18. Jahrhundert. Und später war es dann die Sowjetunion, ja, und jetzt ist es die Russische Föderation. Also, dass man erst mal im Kopf das ein bisschen sortiert bekommt. So, und jetzt müssen wir uns mal genauer anschauen, und zwar mit der Frage, welche Hinweise und Spuren gibt es heute immer noch von der einstigen tartarischen Weltkultur? Und ich kann dir sagen, es sind so viele Hinweise und Spuren zu finden, das erschlägt einförmig. Fangen wir mal an. Zum Beispiel finden wir auf alten Weltkarten entsprechende Dinge, werde ich dir gleich zeigen. Wir haben Flaggen, wir haben Wappen, das Vorkommen der sogenannten Swastika-Symbole, die Verteilung der sogenannten Air-Hablo-Gruppe. Da geht es also um genetische Abstammung und genetische oder Ausbreitung verschiedener Gruppierungen weltweit, woran man im Grunde anhand der Hablo-Gruppe, das ist ein bestimmter genetischer Marker, wenn man so möchte, sehen kann, wer von wo nach wo gewandert ist und wer mit wem hier verwandt ist. Dann das Vorkommen blauäugiger Menschen auf der Welt. Dann die sogenannten blonden Mumien. Also zum Beispiel die Tochara in China, aber auch in Perun hatten wir blonde Mumien. Dann blauäugige Pharaonen-Statuen. Denn diverse Megalith-Bauten, Dolmen, Erdhügel, in Amerika nannte man sie sogenannten Mounts oder Kurgane. Pyramiden, Obelisken und so weiter und so fort. Es gibt so viele Überbleibsel und es gibt noch viel mehr. Fangen wir also mal an und fragen uns, was zeigen uns alte Weltkarten über Groß-Tartarien? Ich zeige dir jetzt mal mehrere Weltkarten. Hier zum Beispiel eine von 1690. Was kannst du hier sehen? Grande Tartari. Also eingezeichnet ein großes Land, das größte Land der Erde, auf einer Weltkarte von 1690. Oder ich zeige dir eine Karte von 1714. Auch hier siehst du Grande Tartari. Auch wieder eingezeichnet. Oder wir gucken uns eine Weltkarte von 1719 an. Und auch hier sieht man wieder La Grande Tartaria. Also auch wieder bekannt, wenn man so möchte, dieses Land. Oder hier sieht man schon ein bisschen differenzierter das Ganze. Eine Weltkarte von 1730. Und hier kann man sehr schön sehen, dass sich Grande Tartaria im Grunde aus mehreren Einzelstaaten zusammensetzt. Insgesamt waren das jetzt hier vier. Also zu diesem Groß-Tartarien zählten einerseits die sogenannten Moskauer Tartarien. Mit der Hauptstadt in Tobolsk. Habe ich jetzt mal versucht, hier auch durch die roten Punkte auch einzuzeichnen. Dann hatten wir das Rußreich mit St. Petersburg als Hauptstadt. Also eine westliche Provinz. Dann hatten wir die sogenannten unabhängige Tartarien. Mit der Hauptstadt in Samarkand. Und dann hatten wir die sogenannte chinesische Tartarien. Mit der Hauptstadt in Qingyang. Und daran sieht man mal. Und alles zusammengefasst war dann sozusagen Groß-Tartarien. Ursprünglich war es ja natürlich noch viel größer. Umfasste auch Europa, Nordafrika. Aber das war schon die Zeit, wo es so nach und nach durch die Einflüsse vom Rand her, seitens der Dunkelmächte, mehr und mehr sozusagen zurechtgestutzt wurde. Also es ist immer kleiner geworden und auch immer mehr, ich sage mal, separiert worden in verschiedene kleinere Häppchen. Und jetzt ist interessant, mit der sogenannten Enzyklopädie Britannica, in der ersten Ausgabe von 1771 stehen interessante Sachen drin. Aber erstmal fragen wir uns, was ist sie überhaupt? Sie ist ein Produkt der schottischen Aufklärung. Sie wurde zunächst in Edinburgh herausgegeben. Und die erste Auflage erschien ab 1768 in wöchentlichen Lieferungen. Und diese Lieferungen wurden dann 1771 zu drei Bänden zusammengefasst. Und diese Enzyklopädie Britannica ist eine englischsprachige Enzyklopädie, die für sich beansprucht, das menschliche Wissen in möglichst großer Breite zusammenfassend darzustellen. Und sie steht insbesondere im Ruf, in wissenschaftlicher Hinsicht zuverlässige Angaben zu enthalten. Darum geht es jetzt. Die Autoren sind in vielen Fällen namhafte Wissenschaftler oder bekannte Publizisten. Ihre Urheberschaft wird jeweils nachgewiesen. Also es war nicht irgendein, was weiß ich, Werk, sondern es war schon wirklich ein Standard, an dem sich eben vieles orientiert hat. Und aus dieser ersten Auflage von 1771 stammt diese Abbildung und der dazugehörige Text. Das heißt, in dieser Ausgabe fand man also eine Asienkarte von 1754, wo dieses riesige Gebiet Grande Tartarien eingezeichnet war. Also es war im Westen, in Europa sehr wohl bekannt. Und der Text, den du hier siehst, der dann entsprechend auch in dieser Enzyklopädie Britannica drinsteht, habe ich den mal übersetzt. Und da stand dann Folgendes über Tartarien. Tartarien, ein riesiges Land im Norden Asiens, das im Norden und Westen von Sibirien begrenzt wird. Dies wird Groß-Tartarien genannt. Die Tartaren, die südlich von Moskau und Sibirien liegen, sind die von Astrakhan, Kirgatia und Dagestan, die sich nordwestlich des Kaspischen Meeres befinden. Die Kalmuk-Tartaren liegen zwischen Sibirien und dem Kaspischen Meer. Die Usbek-Tartaren und die Morguls liegen nördlich von Persien und Indien und schließlich die Tartaren von Tibet, die nordwestlich von China liegen. Und das geht natürlich noch weiter, aber das ist erstmal nur, dass du siehst, diese geografische Eingrenzung dieses riesigen Gebietes war sehr wohl in dieser Zeit bekannt, auch im Westen. Und diese Karte, die ich dir gerade gezeigt habe, beziehungsweise war ja nur ein Auszug, denn das Imperium Groß-Tartarien breitete sich vom Stillen bis zum Atlantischen Ozean aus, wozu auch der Nahe Osten und Nordafrika zählte. Das habe ich dir ja schon gesagt. Allerdings wurde diese Karte erstmal in dieser Enzyklopädie Britannica veröffentlicht. In der späteren Auflage, die in den Folgejahren erschien, wurde diese Karte und jeglicher Hinweis auf Groß-Tartarien allerdings vollständig entfernt. Welche genauen Gründe es dafür gab, das werde ich dir in weiteren Teilen dieser Videoserie genau darlegen. Aber einfach nur, damit du weißt, es gab plötzlich tatsächlich eine Zensur, wo es eben noch davor hieß, ja, es gab dieses riesige Land, es war auch entsprechend strukturiert, danach war es plötzlich nur irgendwie nicht bewohnt und entsprechend konnte sich dann das aufkommende Romanov-Zarengeschlecht dieses Gebiet nach und nach erobern. Ja, also sozusagen die russische Variante der Kolonisierung von Asien. Jetzt kommt ein weiteres spannendes Gebiet, nämlich das Thema Landkarte des Schöpfers, beziehungsweise die Frage dazu, was genau hat es mit der sogenannten Landkarte des Schöpfers auf sich? Die Landkarte des Schöpfers war im Grunde oder ist eine Reliefkarte von West-Sibirien und sie wurde 1999 von Forschern in der Nähe des Dorfes Schandar in der Region Nurimanov der russischen Republik Bashkordostan entdeckt. Also sie haben eine gewaltige Steinplatte entdeckt, die dann nach der Enkelin des Entdeckers Daschka-Stein benannt wurde. Nach ausgiebiger Untersuchung durch den Entdecker Professor Alexander Shuvilov von der Bashkir State University stellte sich heraus, dass es sich bei dieser Steinplatte um eine dreidimensionale Reliefkarte der Uralregion handelte. Und jetzt kommt's, welche vorsichtig geschätzt 120 Millionen Jahre alt sein soll und mit heutzutage völlig unbekannter Technologie künstlich hergestellt worden ist. Also das, was du hier rechts in der Abbildung siehst, das ist also dieser Stein, der diese Karte darstellt. Auf der Karte sind laut Professor Shuvilov Ingenieurbauwerke zu sehen, wie ein System von Kanälen mit einer Länge von rund 12.000 Kilometer. Wehre und leistungsfähige Dämme. Das heißt, hierbei handelt es sich um die maßstabsgerechte Abbildung eines riesigen bewässerungstechnischen Systems in einem Teil der Uralregion. Und hier nochmal eine ein bisschen detailliertere Aufnahme dieses Steines. Es konnten zwei 500 Meter breite Kanalsysteme und zwölf Dämme mit je 300 bis 500 Meter Breite und circa 10 Kilometer Länge und drei Kilometer Tiefe identifiziert werden, welche sich zu einem Staudammsystem ergänzen, das circa 300 Mal mehr Wasser speichern konnte, als das, was die größten Staudämme der Welt heutzutage zu leisten vermögen. Allein das verschlägt einem ja schon die Sprache, diese Ausmaße letztendlich. Und jetzt kommt es aber. Die Wissenschaftler der Bashkir State University sind sich einig, dass es sich bei diesem Steinrelief nur um ein Fragment einer noch weit größeren Weltkarte handeln muss, die aus circa 348 Fragmenten in der Größe des Daschka-Steins bestanden haben könnte. Man schätzt also die ehemalige Größe des kompletten Weltreliefs auf circa 340 mal 340 Meter und vermutet, dass das komplette Relief während der letzten Eiszeit, also vor circa 10.000 bis 20.000 Jahren zerbrochen sein könnte. Jetzt muss man sich natürlich wieder die Frage stellen, wenn jemand in der Lage ist, eine dreidimensionale Karte der gesamten Erdoberfläche zu errichten, in einer Form, die sehr witterungsbeständig ist, dann muss er mindestens erstens eine Technologie dafür haben, das überhaupt zu machen mit dieser Herstellung dieser Steine. Und das Zweite ist, er muss tatsächlich die Erde auch aus dem Orbit, also aus dem Weltall her betrachten können. Das heißt, derjenige, der so etwas macht, muss zumindest über Satellitentechnik oder irgendwelche Raumfluggeräte verfügt haben, um im Grunde die Erde aus großer Höhe zu kartografieren. Alleine, man findet einen Stein und denkt, da sind nur so ein paar Kerben eingeritzt, aber wenn man es dann, wie gesagt, so wie er erforscht hat, kommt man im Grunde zu diesen Schlüssen. Das heißt, hier reden wir von einer früheren Hochkultur, die sehr weit zurückliegen muss. Was uns auch wieder zeigt, dass es mit der herkömmlichen Geschichtsstreibung, Stichwort frühe Hochkulturen, so weit auch gar nicht her sein kann, sondern es gab weitaus größere und wesentlich höher entwickelte Kulturen, die aber aufgrund von globalen Katastrophenereignissen dann im Grunde mehr oder weniger vom Erdbodenfer weggewischt wurden. Natürlich sind Fragmente und Überbleibsel vorhanden gewesen, aber die sortiert man natürlich nicht dieser Kultur zu. Die ignoriert man einfach als Faktum oder datiert sie völlig falsch ein mit dem heutigen chronologischen System. Es geht weiter, besaß Groß-Tartarien auch eine eigene Flagge und Symbole beziehungsweise Wappen? Natürlich kann man sich das fragen, wenn es ein Land war, sicherlich. Hier siehst du mal Aufnahmen oder die Zusammenstellung der Flaggen der verschiedenen Nationen im 19. Jahrhundert. Ich mache jetzt mal hier, wenn du dir das mal links anschaust, eine Ausschnittsvergrößerung. Da siehst du hier oben neben der chinesischen Flagge, die ein Drache darstellt, siehst du die Flagge von Tartarien, ebenfalls ein Drache. Es gab noch weitere Flaggen, auch zum Beispiel eine Eule, kann man hier auch sehen. Also der Drache, die Eule, es gab noch andere Tiere oder Symboltiere, zum Beispiel der Adler, komme ich gleich noch zu, die auch letztendlich auf Tartarien zurückzuführen sind. Und zwar der sogenannte zweiköpfige Adler. Der zweiköpfige Adler ist ja nach wie vor das Staatswappen Russlands. In der Mitte sieht man übrigens den heiligen Georg, den Drachentöter, also der den Drachen, die Schlange, tötet. Also sehr symbolhaft die weißen Menschen gegen die Drachenwesen, gegen die Reptiloiden, Drakonia. Das ist auf dem offiziellen Staatswappen Russlands zu sehen. Der heilige Georg, in Deutschland haben wir ja die Siegfried-Saga, da geht es ja auch um den Drachentöter. Also das ist sozusagen davon abgeleitet. Und man muss verstehen, also der zweiköpfige Adler war das erste Hauptsymbol von Großtartarien im 14. bis 16. Jahrhundert und war auch auf vielen angeblichen antiken Denkmälern Europas, Afrikas und Asiens dargestellt. Auch der Löwe ist auch ein weiteres Wappentier, was man sehr weit verbreitet finden kann. Der zweiköpfige Tartarische Adler herrschte auf fast allen wichtigen mittelalterlichen Emblemen Europas. Jetzt kommt es aber. Erst nach dem Erfolg der Rebellion der Reformation im 17. Jahrhundert verloren die meisten westeuropäischen Adler-Embleme ihren östlichen Kopf. Das heißt, danach wurden die Adler einköpfig und blickten fortan nur noch nach Westen. Und hier habe ich dir mal zwei Beispiele gezeigt. Also das Emblem des Deutschen Kaiserreiches und dann der sogenannte Bundesadler. Und man kann ja sehen, im Vergleich jetzt zum russischen Staatswappen ist da nicht mehr viel übrig. Der ist ziemlich gerupft und sehr vereinfacht, aber er blickt tatsächlich nach Westen. Und das ist der Grund dafür. Das war sozusagen die Abspaltung vom Osten. Auch wieder ein weiterer Hinweis, der uns zeigt, dass es früher mal eine einheitliche, globale Kultur gegeben haben muss, die eben Ost und West miteinander verbannt. Und der Teil, der sich abgespalten hat, also der Brückenkopf Europa, wenn man so möchte, hat entsprechend dann auch in seinen Emblemen diesen nach östlich, nach Osten blickenden Kopf einfach entfernt. Und damit im Grunde auch wieder diese Verbindung gekappt. Nächste Frage. Welches ist das bekannteste und weltweit sehr häufig vorkommende Symbol der wedischen Hochkultur? Antwort. Die Swastika. Wir kennen es ja immer nur in Deutschland unter dem Begriff Hakenkreuz. Die Swastika ist weltweit anzutreffen. Hier siehst du mal einzelne Beispiele. Aus Indien, aus Russland, natürlich auch aus Deutschland. Aber du siehst es auch in den USA, bei den Etruskern, also denjenigen, die im Grunde die Aquädukte gebaut haben, im Irak findest du es. Du findest es in Südamerika, bei verschiedenen Indianerstämmen. Überall findest du dieses Symbol. Hier sind weitere Beispiele. In Asien, Korea, Iran, Italien, Armenien, Azteken, Japan und so weiter und so fort. Auch in Israel findest du dieses Symbol. Und wenn man sich mal eine Karte anschaut mit der weltweiten Verteilung der Swastika-Symbole, dann fällt natürlich sofort auf, dass sie sich hauptsächlich natürlich in dem Bereich finden lassen, wo die vedische Hochkultur letztendlich anzutreffen war. Das ist ja auch logisch. Und ich möchte dir einfach nochmal weitere Beispiele zeigen. Hier mal Swastika-Symbole in Israel auf verschiedenen Steinböden, so mosaikartig angeordnet. In verschiedenen Synagogen findest du Swastika-Symbole. Das ist natürlich für die hirngewaschenen Menschen in Deutschland, die das immer nur mit der Nazi-Zeit in Verbindung bringen, natürlich ziemlich verwirrend. Denn wie kann es sein, dass das Symbol, was man unter dem Hitler-Regime benutzt hat, letztendlich um gegen Juden vorzugehen, jetzt tatsächlich auf antiken Tempeln und Synagogen in Israel anzutreffen ist? Das passt ja irgendwie nicht. Oder hier zum Beispiel, einmal in der Türkei kann man das sehen, auf alten Tempeln oder hier in Irland, also gerade so als Deckendekoration findet man sehr viel. Oder hier in Italien ein römisches, in Anführungszeichen römisches Mosaik. Oder hier das Arbeitsgericht, beziehungsweise die Landesbank von Karlsruhe. Auch da finden wir auf der Außenseite Swastika-Symbole. Muss man sich auch mal vorstellen als Verzierung. Oder hier in Berlin, Schloss Bellevue, der Sitz des Bundespräsidenten. Auch da finden wir in der Verzierung, neben dem Schriftzug Bellevue, finden wir rechts ein kleines Swastika-Symbol, was sich natürlich dann auch weiter fortsetzt. Oder im Louvre in Frankreich, Deckendekoration, Swastika-Symbole. Oder hier in Amerika, an verschiedenen Brücken, die gebaut wurden, Swastika-Symbole. Oder hier Gebäude einer Nationalbank, da finden wir auch wieder diese entsprechenden Swastika-Symbole und unten. Oder in New York, auch wieder auf dem Boden, in New York in der Universität, Swastika-Symbole. In der Kathedrale in Mexiko, Swastika-Symbole. Oder hier in San Francisco, Ornament. Oder sogar hier eine Hockey-Mannschaft, Eishockey-Mannschaft, mit Swastika-Symbolen auf ihren entsprechenden Trikots. Oder natürlich Asien, klar, das weiß man ja heute auch noch. Also hier in Indonesien, in Bali oder hier in Libanon, auch da wieder die gleichen Deckenverzierungen. Oder eben die Buddha-Statue in Hongkong, überall Swastika-Symbole. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Man könnte noch viel mehr Bilder zeigen, aber mir geht es jetzt mehr darum, was hat dieses Symbol überhaupt für eine Bedeutung. Die Swastika war im vedischen Russland eines der am meisten verbreiteten und geachteten Symbole. Der russische Norden ist besonders reich an solchen Darstellungen, welche auf Kleidung, Behausungen, Spinnrädern, Gürteln, Schmuck und anderen Gegenständen angebracht wurden. Und das hat ja einen Grund gehabt. Denn die Swastika ist ein universales Symbol und steht für das Licht, die Sonne, die Liebe und das Leben. Und das Wort Swastika bedeutet im Sanskrit übersetzt Heil und Segen. Und in den haarischen Runen unserer Vorfahren bedeutet das Wort Swastika kommend vom Himmel. Und jetzt wird es spannend. Es gab sogar auch mal ein Sternbild, Swastika, welches aber aus der modernen Sternkarte ausgeschlossen wurde, logischerweise. Es liegt also in der Nähe vom großen Wagen, Nordhalbkugel. Und auch unsere Milchstraßengalaxie hat die Form einer Swastika, in deren einen Arm sich unser Yarilo-Sonnensystem auch befindet und sich dann entsprechend natürlich um das galaktische Zentrum her dreht. Es geht weiter. Welche tiefere Bedeutung hatte das Swastika-Symbol noch? Die Swastika ist die Darstellung des Kreuzes in der Bewegung. Dies entspricht der harmonischen Zahl 4. Und die Zahl 4 wiederum beinhaltet in einem beliebigen Nachkommen der slawisch-arischen Völker, also weiße Menschen, Folgendes. Der eine Ast, wenn man so möchte, entspricht dem Körper, den die Eltern dem Betroffenen geliehen haben, gegeben haben. Dann geht es um die Seele, die in diesen Körper von den Göttern geschickt wurde. Dann den Geist als die Verbindung mit den Göttern und den Schutz der Ahnen. Und ganz wichtig, das Gewissen oder die Tugend, das Maß aller Taten des Menschen. Das heißt also, diese vier Aspekte sind auch in der Swastika verkörpert, in der ursprünglichen Bedeutung unserer Vorfahren. Und ich kann jetzt schon sagen, es gibt zumindest laut meinen Quellen, vielleicht gibt es sogar noch mehr, mindestens 144 Arten von solaren swastischen Symbolen. Ich habe dir jetzt hier mal ein paar Beispiele aufgeführt, damit du mal eine Vorstellung bekommst, wovon wir hier eigentlich sprechen. Und je nachdem, mit welchem Symbol man gearbeitet hat, hat man auch unterschiedliche Bedeutungen damit bezweckt bzw. bewirkt. Symbole haben ja auch eine bestimmte Wirkung. Wenn man jetzt solche unterschiedlichen Symbole auf Kleidungen hat, auf Gebrauchsgegenständen und so weiter und so fort, auf Tempeln, auf Straßen, Gebäuden und so weiter, dann haben sich unsere Vorfahren sicherlich schon was dabei gedacht. Einfach nur, damit du mal einen Einblick bekommst, was uns im Grunde durch die Umerziehung, speziell wir Deutschen, eigentlich genommen wurde. Also die kulturelle Wurzel, indem man ein Symbol, die dunkle Seite hat ja ein Symbol, ein sehr lichtvolles Symbol hier missbraucht und im Grunde dieses Symbol weltweit in Verruf gebracht. Das ist sozusagen, weil es ein sehr mächtiges Symbol ist, das muss man auch verstehen. Es geht weiter. Welche genetischen Hinweise gibt es für die weltweite Verbreitung des slawisch-arischen Menschentypus? Um das zu verstehen, noch mal ein ganz kurzer Abstecher in die Genetik und die Fragestellung dazu lautet, was genau sind Hablotyp und Hablogruppen? Das ist nur mal so ein bisschen, dass du Hintergrundwissen dazu hast. Also, als sogenannter Hablotyp wird eine Variante einer Basenabfolge auf ein und demselben Chromosom im Genom eines Lebewesens bezeichnet. Also, wir haben ja als Menschen 46 Chromosomen und wenn du jetzt ein bestimmtes Chromosom nimmst und das ist ja ein aufgewickelter, langer Faden und da haben wir dann im Grunde den langen DNS-Faden und da gibt es eine bestimmte Abfolge von Basen, sagt man dazu. Und diese Variante kann individuell, populations- oder auch artspezifisch sein. Und daran kann man im Grunde auch bestimmte, zum Beispiel Migrationen, also Ausbreitung verfolgen, wie sich bestimmte Gruppen auf der Welt ausgebreitet haben. Als Hablogruppe wird eine Gruppe von Hablotypen bezeichnet, die spezifische Positionen auf einem Chromosom innehaben. Das sind im Grunde wie Marker, die wir jetzt hier verwenden. Und jetzt kommt es, in der menschlichen Genetik werden beispielsweise die Hablogruppen für das Y-Chromosom und für die sogenannte mitochondriale DNA untersucht. Warum ist das wichtig? Das Y-Chromosom bzw. die Y-DNA wird ausschließlich entlang der väterlichen Linie geführt und vererbt und die mitochondriale DNA wird hauptsächlich entlang der mütterlichen Linie geführt. Und so kann man tatsächlich dann auch schauen, wie bestimmte Gene weitergegeben werden in der Population. Man kann Hablogruppen verwenden, um genetisch verwandte Personengruppen innerhalb der Bevölkerung zu definieren. Die verschiedenen Hablogruppen werden unterschiedlichen Ursprungsregionen zugeordnet. So findet man einige Gruppen beispielsweise nur unter Europäern, andere nur oder vorwiegend in Afrika. Ja, und dann, um das da in dieses ganze Wirrwarr ein bisschen Ordnung reinzubringen, werden die Hablogruppen zur Unterscheidung mit Buchstaben oder auch Buchstaben-Zahlen-Kombinationen bezeichnet. Viel mehr muss man jetzt hierzu auch gar nicht verstehen. Ich werde dir jetzt einfach mal dazu auch Bilder zeigen. Und zwar siehst du hier die Verteilung der sogenannten Hablogruppe R auf der Welt. Was du hier sehr schön sehen kannst, also das, was sehr rot, dunkelrot markiert ist, sind also die Hauptsiedlungsgebiete der Menschen, die Träger dieser Hablogruppe sind. Und man kann hier wieder sehr schön sagen und sehen, dass das primär die Siedlungsgebiete sind, in denen sich ursprünglich unsere Vorfahren auch aufgehalten haben. Und was haben Genetiker mal gemacht? Sie haben die DNS jener Proto-Indogermanen, also das, was wir als Aria bezeichnen, aus uralten Gräbern, auch in Zentralasien vor allen Dingen, untersucht. Und die genetischen Ergebnisse belegen ganz klar, dass die antiken Proto-Indoeuropäer, also die Vorfahren der heutigen Europäer, welche vor 5000 Jahren in der zentralasiatischen Steppe begraben wurden, identisch mit den heutigen modernen Bewohnern von West- und Nordeuropa sind und der nordischen Subrasse der Aria angehörten. Das heißt also, Europa wurde aus dem Osten kommend besiedelt. Das ist eigentlich die Botschaft, die daherkommt. Und die Mehrheit dieser Träger hatte helle Haare und blaue oder grüne Augen. Erst deutlich später traten dann jene Genome auf, welche mit anderen Menschentypen, vor allem den Turkvölkern, in der heutigen zentralasiatischen Steppe in Verbindung gebracht werden können. Hier sieht man das nochmal, die Ausdehnung, Ausbreitung der Haplogruppe R1a. Wie sie sich also im Grunde aus Zentralasien dann im Grunde direkt nach Europa ausgedehnt hat. Und hier sehen wir nochmal die andere Gruppe, die R1b oder auch, also wenn man da jetzt mal tiefer eintaucht, ist es schon kompliziert. Ich will es ja wirklich bewusst einfach halten, nur damit du einfach siehst, es gibt auch genetische Marker, beziehungsweise genetische Hinweise, dass tatsächlich die Migration, die Besiedlung Europas aus dem Osten kommend stattgefunden hat. Und nicht irgendwie aus dem Westen oder aus dem Süden oder so, sondern primär aus dem Osten. Und ich möchte nochmal zur Erinnerung rufen, die verschiedenen vedischen Stämme oder Großfamilien lassen sich ja an Hang ihrer Augenfarm unterscheiden. Wir haben also die beiden arischen Stämme, die Daaria und die Haaria, die sich durch silbergraue und grüne Augen hier kennzeichnen. Und dann haben wir noch die Stämme und Großfamilien der Slaven, die Svetorussen und die Rasena, die sich durch blau und feurig oder braune Augen kennzeichnen. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Wenn man sich also nochmal das Siedlungsgebiet anschaut und die weißen Menschen, also diese vier Stämme der weißen Menschen mit den unterschiedlichen Augenfarben, haben ja überwiegend die Nordhalbkugel besiedelt und auch Nordamerika. Und die anderen Menschen, die später kamen, wurden dann auf die Territorien platziert, die dann noch frei waren. Aber es gab natürlich auch Bereiche, wo sich beide Menschentypen gemischt haben. Gerade so in diesem Übergangsbereich zwischen den weißen, den schwarzen und den gelben und auch den roten gab es entsprechend natürlich Mischtypen. Und das Interessante ist, wenn man sich heute Menschen in Südasien anschaut, dann gibt es dort immer noch genügend Menschen mit blauen Augen. Zum Beispiel siehst du hier mal blauäugige Afghanen, die ja eigentlich auch eher dem Turkvölkern angehören, also eher ein dunkleres Aussehen haben. Und trotzdem gibt es immer mal wieder da Kinder, die geboren werden, die sehr blau oder auch grüne Augen haben. Oder auch hier blauäugige Iraner. Oder blauäugige Inder. Wobei in Indien ist es ja auch so, wegen dem Aufbau des Kastensystems, dass je höher man in der Kaste sich befindet, also bis in die höchste Kaste der Brahman, desto hellhäutiger sind die Menschen dort und auch eben entsprechend mehr mit blauen, grünen Augen anzutreffen. Oder hier in Pakistan auch entsprechend Beispiele für Menschen mit blauen Augen. Dann kommt ein weiteres spannendes Thema, nämlich das Thema blonde Mumien. Hier siehst du mal ein paar Bilder von verschiedenen ägyptischen Mumien, die im Grunde alle hier blonde Haare haben. Und trotzdem werden einige Zweifler sagen, naja, wenn die blonden Haare der ägyptischen Pharaon-Mumien angeblich auf den Mumifizierungsprozess zurückgehen sollen, das könnten ja die Kritiker sagen, das hat nur damit was zu tun, dass die Haare sozusagen im Rahmen dieses Mumifizierungsprozesses ausgebleicht sind. Hier kommt aber eine zweite Frage. Warum haben dann die Statuen der Königsfamilien alle blauen Augen? Hier mal Beispiele. Warum stellt man die mit blauen Augen dar? Hier sind nochmal weitere Beispiele. Hier sind weitere Statuen dargestellt mit blauen Augen, ganz eindeutig. Und in all diesen Ländern galten blaue Augen und helle Haare immer als ein Merkmal einer edlen Herkunft. Und Aria oder Arisch heißt ja übersetzt nichts anderes als Edel. Also Edel im Sinne einer edlen Geisteshaltung und mitunter auch eines bestimmten genetischen Typos, wobei die Geisteshaltung hier maßgeblich eigentlich ist. Auch das wurde natürlich im Dritten Reich massiv missbraucht, wo man dann einfach die Menschen nur auf ihr Äußeres reduziert hat, auf den Phänotyp, also ob sie diesen entsprechend arischen Menschentyp entsprechend blaue Augen haben. Und das als Rechtfertigung dann heranzuziehen, um andere Menschen zu ermorden, zu unterdrücken und so weiter, ist natürlich nicht im Sinne des edlen Menschen, der also eine edle Geisteshaltung hat. Nichtsdestotrotz haben sich in vielen Regionen der Erde diese Überlieferungen, dass blaue Augen und helle Haare, helle Haut ein besonderes Merkmal einer edlen Herkunft sind, bis zum heutigen Tag im Grunde erhalten. Und wir haben nicht nur in Ägypten blonde Mumien, sondern wir haben auch in Zentralasien, in der sogenannten Taklamakan-Wüste, im heutigen China, fand man auch vor einigen Jahren blonde Mumien, die sogenannten Tochara. Also die Mumien der Tochara im heutigen China haben bis heute blonde Haare und europäische Gesichtszüge. Interessanterweise trifft dies auch auf viele der frühesten ägyptischen Pharaon-Mumien zu. Ja, wenn man so etwas natürlich findet, das kann man in dem herkömmlichen Geschichtsbild nicht erklären. Das wird auch deswegen komplett ignoriert. Man möchte da nicht drüber sprechen, weil dann würde man ja einiges in Frage stellen müssen. Wer waren denn die wirklichen Kulturbringer? Und wenn wir jetzt nochmal ausgehend von Ägypten und China jetzt nochmal einen Sprung über den Atlantik machen, nach Südamerika, auch dort finden wir blonde Mumien. Die kann man sogar im Museum wiederfinden, hier in Lima dargestellt. Und diese Menschen wurden von den Inkas als sogenannte Viracocha genannt oder bezeichnet und galten als die ursprünglichen Kulturbringer Südamerikas. Also auch hier wieder blonde oder hellhaarige Menschen, dann auch entsprechend wahrscheinlich blaue, grüne Augen, die im Grunde den Vorfahren der heutigen Indianervölker in Südamerika das Kulturgut, vielleicht sogar auch die Sprache gebracht haben. Und das ist im Grunde in diesen Kulturen immer noch vorhanden, dieses Wissen, wer ihre Kulturbringer wirklich war, die weißen Götter aus dem Norden kommend. Okay, ziehen wir mal ein Fazit an dieser Stelle oder ein Zwischenfazit. Die Überreste jener blonden Menschen wurden in großen Begräbnishügeln, man spricht auch von sogenannten Kurganen, bestattet, sowie es später die Wikinger und Angelsachsen taten. Diese sind den Hügelgräbern im Mississippi-Tal in Nordamerika sehr ähnlich. Bis heute halten sich Legenden von Indianern, welche von rothaarigen Riesen in grauer Vorzeit erzählen, die eben genau jene Begräbnishügel, und in Amerika spricht man von den sogenannten Mounts, erbauten. Das war der zweite Teil und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird weiter spannend bleiben und wir sehen uns gleich wieder im dritten Teil. Bis dahin. Das war der zweite Teil.